Tja, was ist denn in unserem Rennarzt? Guckt ihr aus, wir haben ja eigentlich zwei Ärzte da. Ist ins Auto gestiegen, jawohl, da sehe ich die Bewegung. Fahrzeug kann schon gezuckt, wenn der Rennarzt auf... Jetzt ist der Traktor noch im Wege, fährt zurück. Und sobald der Rennarzt hier auf seiner Einsatzposition ist, dann wird wohl die Kulige den letzten Rennlauf starten. Das gehe ich davon aus. Dann werden die Toren geschlossen. Ja, jetzt haben die Jungs eine schwere Arbeit. Auf Englisch sagt man einen schweren Job. Ja, und wieder fuhr man auf. Da kommt Bernd Stuppe. Der Europameister ist vorne. Dem geht es natürlich am besten. Der hat klare Sicht. Terry Kelly Kelly ist dahinter. Lassau, Elf, dann Juanac, Anas, Anas. Und an der Anas. Mike Warteling. Und da ist einer getreten. Noch einer, der fährt jetzt wieder los. Tja, ein dramatisches Finale, das kann man schon sagen. Der Margenberg macht von sich reden. Das ist schon eine Wasserfahrt vorbei. Aber die Autofahrer schaffen das. Innerhalb von der Fahrt. Innenkampf nur auf 7. Der ist der Schnitzdreiter, der ist gerade an den Start in die Teeuerei. Dari Kelik-Kerik is vorne, Stubesee belegt auf Rang 6. Und hier kommt Terry Kelleke, der Spitzenreiter. Da ist er jetzt. Alain auf der 2. Lade es nach mit seiner Mercedes. Und da hat man die 45 Bike-Banzerlein, wie ich schon gestern sagte, und Bernd Stumper hier auf der jetzt nächsten Anfallgericht. Liga 4, Bernd muss jetzt mit der richtigen Wut im Bauch versuchen, hinten aufzugehen. Der hat ja einen alten Plan, Kontakt ja an, nur bei Hand geschlagen oder Hand mit kollidieren, keine Ahnung genau. Aber Terry Kelleke fährt das Rennen alles Leben. Der Liga-Banzerlein, langsam, und der Liga-Banzerlein hat vier und hat die Anzeige. Acht Runden ist die Gesamtstrecke, vier haben wir hinter uns gebracht, das kriegen wir hin. Ja, und Bernd, die werden jetzt hier im Schlafbahn sitzen. Haben wir so mit Manschbergwasser getauft, könnte man sagen. Und da sieht er kaum was, kommt doch leicht an die Leitplanke. Ich sagte es ja, die Brille, die sind ja weg. Und Kevin Mugler hat mir festgestanden, er hat die Brille, dem Terry Kelleke geliehen und er sagte, er hat meine Brille, der Terry, das hat er vorher gesagt, er gewinnt. Und das sieht da jetzt nicht so aus, wenn wir jetzt machen. Anerang, 4,36 Sekunden Rückstrahl. Mike Bartelen, 7 Sekunden, 9 Sekunden, Bernd Stuppe. Also Stuppe muss noch 1,5 Sekunden zu legen, um Mike Bartelen überhaupt attackieren zu können. Aber geh mal in diesem Wasserstrahl da vorbei, nahezu unmöglich. Auf meine Einschätzung, da kannst du nicht überholen. Das ist ja nicht möglich. Jetzt sind wir zugemüllt, aber das ist ja nicht möglich. Da sieht man, egal, wo Sie sehen, Abstand kommt dran. Noch zwei Runden, wenn Sie das wirklich schaffen, Aber ihr seht ja, das Rundenlicht, das ist für die Formationstrecke. Nur nach dem Rundenlicht zu fahren, da seht ihr nicht, die Harten, wo sie sind, wie ein Blinder. Und hier noch. Das ist nach Panak. Nachdem, da seht ihr noch auf die Bremse, danke. Gernot, hier der Spitze incompruch. Jetzt noch können wir von Start von ziehen. Also, Stuppe. Jetzt schon auf der T�. Aber hier fehlt mir noch ordentlich. Eine der Bergstupe wäre ich jetzt auch für zwei gewesen. Müssen wir mal genau aufpassen, dass wir das richtig finden. Und die letzte Runde läuft. Bernd Stuppe. Hier kommt der Sieger. Elf, drei und da eins. Es ist so. Ich habe es richtig gesehen. Also tatsächlich, ich hatte es richtig gesehen. Bergstupe hat noch Barteling verlaschen können. Aber ich habe es richtig gesehen. Vielen Dank.